hallo und willkommen zurück zu pretty old pixel mein name ist selma und heute befinde ich mich wieder in einer discord konferenz mit alexander und wir sprechen über k240 hallo alexander hallo selma grüß dich warum muss ich immer an berge denken das weiß ich auch nicht das muss ein zufall sein oder u-boote russische u-boote russische u-boote aber es gibt doch auch ein 8000er der nur so eine bezeichnung hat oder will ich mir das ein gibt es nicht mehrere oder mehrere ja ich bin die bergsteiger ausgegangen also mehrere 8000er weiß ich nicht aber ich glaube es gibt mehrere berge die irgendwie nur k heißen aber ich weiß auch nicht warum das spiel oder warum die der astroiden gürtel des spiels k240 heißt ich denke mal dass halt einfach weiß ich nicht es ist fiktiv weil in vorbereitung zu der sendung habe ich nämlich mal gegoogelt weil ich wissen wollte ob es vielleicht einen astroiden k240 gibt aber leider war es nicht so also immer wenn du k240 und astroid angibt kriegst du immer nur hinweise auf das spiel was wir heute besprechen aber leider nicht auf einen echten astroiden das hätte ich cool gefunden das stimmt aber es geht ja auch nicht um den astroiden also die haben ja alle ganz komische namen so die haben ja einfach irgendwelche buchstaben glaube ich oder vielleicht hätte ich das mit den koordinaten zusammen ich weiß es nicht aber ich glaube dass es das k240 bezieht sich auf diesen astroi auf dieses astroiden fällt in dem aber ich glaube wir wir greifen schon wieder vor vielleicht sollten wir einfach von vorne anfangen k240 ist nur für den amiga erschienen ich weiß nicht ob man da irgendwie mal geplant hatte was für den pc zu machen und dann gemerkt hatte oh da haben wir aber ganz schön viel noch zu tun und müssen das verbessern weil es gab später dann naja eine art remake davon auch von gremlin das hieß fragile alliance und war dann ich glaube für windows und das und sieht auch anders aus ein bisschen aber man sieht eindeutig die wurzeln oder die herkunft in k240 also ich vermute mal man hat irgendwie schon mal da würde pc version dran nachgedacht und dann ist man beim ist man beim portieren auch das könnte ich noch verbessern das könnte ich noch verbessern und irgendwie ist es dann groß geworden ich glaube dass es von 96 oder 97 gewesen also später jedenfalls von daher ja nur für amiga für ocs und ecs systeme gleichermaßen das heißt im prinzip braucht man nur ich glaube sogar ich glaube sogar dass man es nur mit einem stock amiga 500 spielen kann weil es sprachausgabe im spiel gibt und digitalisierte sound samples und ich glaube dafür braucht man dann die speichererweiterung ich habe jetzt auf der box nichts gefunden was darauf hindeutet dass man die speichererweiterung also es steht da dass man speichererweiterung braucht aber es steht jetzt nicht darauf dass man ohne nicht spielen kann also da steht halt nur dass man die für die sound samples braucht ich vermute man könnte es auch mit einem normalen amiga 500 spielen die aufnahmen die ich gemacht habe waren auf 1200 ich fand die grafik sah wirklich super aus und gut war 94 da erwartet man das wahrscheinlich auch aber von daher amiga merkt man gar nicht also ich habe es nicht gemerkt dass es auf dem amiga war hätte auch genauso gut auf dos sein können das genre ist ja so eine mischung aus strategie management und aufbau was eigentlich nicht ganz so ungewöhnlich ist aber es gibt ja noch diesen militärischen aspekt da drin und der ist ein bisschen ausgeprägt wie zum beispiel basitler was man ja auch in das spiel strategie management und aufbau packen könnte wobei bei siedler halt diese warenketten und so ein bisschen komplexer sind und der handelst oder wirtschaftsteil sage ich mal wenn man das optimieren von warenketten und so bezeichnen möchte da viel größer ist wie hier das 1994 erschienen ist hatte ich schon gesagt der publisher war selestine software und die kannte ich vorher nicht aber die haben auch nicht viele spiele gemacht aber die haben die beiden utopia spiele gemacht und die sind sozusagen die vorgänger was technik und idee angeht die spielen aber in so einer fantasy welt und da muss man halt auch in einer art sim city manier ja städte bauen glaube ich oder eine nation aufbauen und da gibt es dann halt auch wirklich kampf und auch aus dieser sim city isometrie sicht wie wir das bei k240 auch gesehen haben und wäre glaube ich ein spiel was ich mir gerne noch mal angucken würde vielleicht schaue ich da noch mal rein dass man das hinterher noch mal sich anguckt ich um da jetzt dem den persönlichen verbindungen vorzugreifen ich kannte das spiel nicht und habe es einfach irgendwann irgendwo zu bekommen und habe es einfach so gespielt und ohne wirklich vorwissen sonst hätte ich mich wahrscheinlich vielleicht auf den vorgänger erst mal konzentriert die entwicklungsgeschichte so keine ahnung über das dos remake haben wir schon gesprochen es ist sowieso so dass die designer und entwickler gar nicht mehr so viel gemacht haben da drin die haben immer noch zugearbeitet aber selbst so viele spiele nicht mehr designt bei ähnlichen spielen ist es ich hatte halt siedler schon erwähnt es passt so ein bisschen am besten glaube ich in die in das genre aber natürlich kann man glaube ich wenn man das gameplay so sieht erstmal sim city beziehungsweise sim city 2000 dem ganzen nicht aberkennen weil es schon sehr ähnlich ist aus dieser isometrischen sicht und dem bauen von gebäuden man muss natürlich keine straßen bauen und sowas und stromversorgung und abwasser auch nicht das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des guten darauf liegt nicht ganz der fokus in diesem spiel ja du hattest ja schon darauf hingewiesen dass k240 ein fiktiver name ist und der beschreibt halt ein asteroidenfeld und oder ein asteroiden gürtel und in dem muss man als mensch oder als mankind sagt man ja eigentlich nicht mehr oder als menschheit sagen wir es einfach so als menschheit muss man dort anfangen die ressourcen abzubauen um halt die obermacht da zu gewinnen und diese ressourcen muss man halt wieder investieren um seinen einfluss zu erweitern und das ganze wird unterstützt vom imperium und das imperium und das imperium ist so ein bisschen wie bei dune auch so ein bisschen neutral möchte aber doch gerne das ganze spice die ganzen metalle und erze haben und dafür bekommt man halt credits und mit den credits kann man dann halt wieder sich weiter ausbauen also im prinzip ist die story jetzt nicht so großartig hat aber ein ganz nettes intro wer das sehen möchte kann das in der in den ersten beiden folgen machen ja alexander ich habe schon viel gesprochen aber ich glaube ich mache mit dem gameplay mal weiter oder mach mal weiter das sind dann auch zwei fragen die ich dann gleich im anschluss habe nachdem du war das gameplay hier erläutert hast okay also vom gameplay her hat es relativ viele facetten und wie das mit solchen strategie spielen ist ist es ist es natürlich schwer ähnlich wie ich das problem auch bei master of magic hatte da jede kleine facette genau verstanden zu haben und zu wissen wie diese ganzen rädchen ineinander greifen also das gleich vorweg zu sagen ich denke nicht dass das hier ein allumfassendes abschluss gespräch sein wird das wird bei so großen strategie spielen welches das glaube ich ist oder ein relativ großes ich würde es jetzt nicht mit master of magic vergleichen aber es ist schon nicht nicht klein und man versteht schon die ganzen zahnrädchen nicht auf anhieb da muss man schon 50 60 70 stunden vermutlich mal investieren und da bin ich auch noch nicht und ich bin mir nicht sicher ob ich es machen würde ich denke von daher wenn wir uns wohl mit einem 90 prozentigen abschluss gespräch zufrieden geben müssen das gameplay auf den ersten blick ist sehr sim city lastig also man steigt in das spiel ein man kann sich ich glaube sechs oder sieben alien rassen eine davon als gegner aussuchen und die haben auch andere gebäude und sehen ein bisschen anders aus und funktionieren glaube ich auch ein bisschen anders also das ist schon mal ganz interessant dass es da unterschiede gibt man selbst spielt immer die menschen und hat von daher immer die gleichen gebäude man fängt mit so einem grundbausatz an gebäuden an der aber schon nicht klein ist das sind schon irgendwie 20 gebäude gefühlt oder so also ziemlich viele man hat schon gleich am anfang eine ziemlich große auswahl und mit diesem naja fängt man an seine grundbasis zu bauen auf einem astroiden glaube ich der immer relativ gleichen anzahl an ressourcen hat so dass man erstmal weg kann von dem astroiden und dann vielleicht den ein oder anderen astroiden erkunden und erobern kann man hat auch schon so eine handvoll raumschiffe scouts und so weiter mit denen man sich ausbreiten kann und den weltraum erforschen kann dazu kann man noch so radar und sowas bauen ein scanner womit man dann halt einen größeren bereich ein sieht von astroid zu astroid so dass das gebiet in dem man sich ist am anfang ganz klein ist auf der karte und dann später immer größer wird und man muss sich unweigerlich durch das handbuch was zugegebenermaßen nicht so gut strukturiert ist und auch finde ich die dinge nicht so gut beschreibt also das handbuch ist nicht gut aber man muss sich dadurch lesen weil ansonsten weiß man halt wirklich nicht wofür welche gebäude sind und was die bringen also da gibt es keine online hilfe oder spielhilfe die einem das sagt ich denke aber wenn man das tutorial was im handbuch ist durchgespielt hat dann hat man schon mal relativ gut diese grundlagen erkannt und weiß wie man starten muss und von daher ist es dann selbst überlassen weiter sich zu expandieren dann hat man sozusagen diesen simcity teil hinter sich man hat eine grundbasis in der man ressourcen sammelt und diese ressourcen kann man dann verkaufen an das imperium da kommen alle ich weiß es nicht 30 60 tage oder so kommt das imperium vorbei das ganze läuft übrigens in echtzeit ab man hat nur die möglichkeit zu pausieren indem man menüs aufmacht und über die menü sprechen wir später noch und ansonsten läuft das spiel halt ab man kann es glaube ich beschleunigen und ich bin mir ziemlich sicher man kann es beschleunigen ich habe es nicht benutzt das lief mir auch so schon schnell genug ab die bauelemente beschränken sich dann wirklich je asteroid oder aber je space dog was man bauen kann da kann man dann unterschiedliche raumschiffe bauen die raumschiffe sind immer gleich aber man kann ähnlich wie bei must of orion komponenten was glaube ich nur zwischen waffen und schilden den unterschied macht kann man in so slots stecken und dann kann man die beauftragen und kann so neue schiffe bauen das wäre dann es werden sozusagen die beiden komponenten in denen man bauen kann einmal im orbit und einmal auf dem boden oder auf dem asteroiden und auf dem asteroiden kann man halt kleinere schiffe bauen und das space dog sozusagen braucht man für die größeren schiffe wenn ich jetzt genug ressourcen gesammelt habe dann kann ich mir vom imperium wie hießen die k-tech oder so kann ich mir da neuere neue blaupausen das sind in diesem fall technologien kaufen und diese technologien sind gar nicht wenig das sind auch ziemlich viele keine ahnung 20 30 ich habe sie jetzt nicht nicht gefehlt nicht gezählt auf jeden fall ziemlich viele die auch unterschiedliche technologien ermöglichen natürlich sind das solche wie verdoppelter output von allen minen oder sowas oder bessere waffen für die raumschiffe aber es sind auch interessante dabei zum beispiel antriebe für asteroiden oder aber dass ressourcen nicht mehr per schiff von einem asteroid zum anderen gebracht werden müssen sondern dass die teleportiert werden können und solche sachen also das ist schon ziemlich interessant es geht dann auch in der technologie halt nicht nur darum x prozent mehr auf irgendein gebäude zu bekommen was ich eh schon habe sondern es gibt dann wirklich neue gebäude die auch neue funktionen mit sich bringen und das finde ich immer sehr spannend dass es halt nicht immer nur prozentual eine veränderung gibt sondern halt eine die wirklich spielelemente hinzufügt und das finde ich ziemlich cool gemacht wenn ich jetzt die meine ressourcen so genutzt habe dass meine asteroid ausgebaut ist weiter läuft da muss ich darauf achten im management teil dass ich genug schutz habe vor radioaktiver strahlung dass ich genug ordnungskräfte habe damit da kein kein keine aufruhe oder keine unruhe entsteht ich muss dafür sorgen dass genug zu essen da ist dass genug wasser da ist dass genug sauerstoff da ist da muss ich immer so ein bisschen hin und her managen je mehr leute dann da arbeiten je mehr sauerstoff brauche ich je mehr gebäude je mehr wohnraum brauche ich und dann pendelt sich das so ein bisschen aus das heißt da muss ich dann immer ein bisschen drauf achten wenn ich das jetzt alles unter kontrolle habe dass ich so ein level erreicht habe mit dem das läuft dann kann ich mich darum kümmern dass ich mich auf andere asteroiden ich sage ich muss immer darauf achten dass ich nicht planeten sage spielt ihm spielt aber eigentlich keine rolle auf andere asteroiden ausbreite und diese asteroiden die muss ich erst entdecken das kann ich halt wie gesagt durch scanner machen die ich installiere auf meinem haupt asteroiden oder aber ich benutze die scouts und suche mir einen sektor aus schicke den scout dahin der fliegt dann dahin und erkundet das und findet einen oder findet keinen dann kann ich den scout noch zu ja dazu beauftragen zu prospekten also ausbeuten ne abzuschätzen wie viele mineralien zum beispiel in dem asteroiden vorhanden sind ob sich das für mich dann lohnt den zu kolonisieren wenn das dann der fall ist und der groß genug ist die grundfläche des asteroiden besteht aus flächen in denen ich bauen kann und flächen in denen ich nicht bauen kann und in einer größe dieser flächen oder anzahl dieser flächen und dann kann ich mir das immer so ein bisschen gucken will ich da bauen will ich da nicht bauen und wenn ich das dann will dann kann ich da ein kolonieschiff sozusagen hinschicken und dann wird da so eine neue zentrale sage ich mal so eine basis gebaut und von dieser basis aus kann ich mich dann wieder ausbreiten und mache das ähnlich wie bei meiner hauptbasis auch nur vielleicht ein bisschen anders wenn das nur um ressourcen geht dann bei euch da vielleicht mehr lager und so weiter konzentriere mich mehr auf lager in der hauptbasis habe ich dann zum beispiel auch noch raketensilos vielleicht oder abwehrwaffen und alle möglichen militärischen dinge vielleicht noch die ich an dem asteroiden im hinterland vielleicht überhaupt nicht brauche weil ich da halt nur ressourcen minen will und das ist im prinzip so der strategie und management aufbauteil dazu kommt dann noch natürlich der teil in dem es zu konflikten kommt nämlich mit den dem der anderen nationen ich dachte immer es gibt mehrere ich habe bis jetzt aber immer nur eine gesehen mit den anderen fraktionen oder nationen habe ich jetzt gesagt ich meinte aber fraktionen auf dem asteroidenfeld und dann muss ich natürlich aufpassen die sieht man dann auch auf dieser karte je nachdem wie weit ich reichweiten habe je weit ich scanner habe und so weiter da muss ich eine flotte zusammenstellen dann kann ich die flotte angreifen oder ich kann den asteroiden angreifen es geht dann auch so weit dass ich neben raumschiffen auch raketen bauen kann es gibt unterschiedliche raketen könnte sich das so vorstellen dass es unterschiedliche sprengköpfe gibt und unterschiedliche trägertypen und die kann ich dann bestücken zusammensetzen da kann ich da eine gewisse anzahl von bauen und die haben eine gewisse reichweite dann kann ich zum beispiel von einem asteroiden zum anderen raketen schießen und der hat dann vielleicht point defense waffen die teile der raketen abschließen aber man kann dann wirklich man sieht dann in dieser isometrischen sim city ansicht wie diese ganzen raketen auf dem feindlichen asteroiden einschalten einschlagen oder welche abgeschossen werden und das ist schon ziemlich cool gemacht das ist schon ziemlich immersiv wenn man diese kleinen punkte auf der ja ganz großen karte sieht wie die von asteroid zu asteroid hin und her fliegen oder man kann das natürlich auch dann mit seinen raumschiffen machen sozusagen orbital bombardment wobei es ja kein orbit gibt aber dass die halt dann direkt die den asteroiden des feindes angreifen und dann da auch wirklich alles zerstören und wenn der leer ist dann ist der sozusagen wieder frei dazu kommt noch dass es natürlich ein asteroidenfeld ist und die sind ja alle nicht im orbit sondern die bewegen sich alle kreuz und quer und da muss man halt auch darauf achten dass man nicht von einem asteroiden gerammt wird oder dass mein asteroid sich nicht so schnell im feindgebiet bewegt weil das kann ja auch passieren dass mein asteroid den ich gerade ja erobert habe oder besetzt habe und angefangen habe zu bauen sich so schnell bewegt dass er irgendwann vielleicht im feindgebiet ist das wäre natürlich auch schlecht deswegen gibt es halt diese antriebe oder so ein stabilisierer gravitations stabilisierer oder so der hält dann den eigenen asteroiden und asteroiden die der nähe sind sozusagen fest in an der position und dann bewegen die sich nicht mehr aber es können natürlich immer welche von außen kommen es kann auch irgendwelche raketen kommen oder kometen sollen das glaube ich sein die von außen irgendwie reinkommen oder schnellere asteroiden ich habe keine ahnung auf jeden fall kommen die auch und da muss man auch aufpassen dass die nicht bei einem einschlagen und so die können dann halt schon mal so ein asteroiden platt machen also das ist schon nicht ganz so einfach ja ich glaube das umfasst das spiel war das soweit verständlich ja wunderbar verständlich ich habe aber trotzdem ein paar fragen ja zunächst einmal bei sim city lebt das spiel ja auch dadurch dass sich die stadt entwickelt zusätze die rahmenbedingungen und wenn du so ein wohngebiet hast kommt es auch auf die umgebung und auf den level der stadt an entsprechend entwickeln sich die gebäude auch also am anfang hast du ein ganz einfaches gebäude und dann hast du hochhäuser wie ist es denn hier gibt es auch eine stufenentwicklung oder ist es immer das gleiche gebäude und das bleibt dann auch die ganze zeit das gleiche gebäude genau das ist das gleiche gebäude das bleibt das verändert sich nicht es spielt auch keine rolle also es gibt keine synergien zwischen gebäuden dass ich gebäude nebeneinander bauen muss oder sowas das gibt es alles nicht ist egal wo es auf dem asteroiden steht eine mine muss ich nicht an einer bestimmten stelle auf dem asteroiden stellen die stelle ich einfach irgendwo hin und dann mintidas genauso wie mit solar energie oder sowas da muss ich nicht darauf achten das ist immer gleich und dann ja verstanden und wenn du dann eine einen neuen asteroiden besiedelt nimmst du da einen teil deiner bevölkerung mit also kannst du bevölkerung transferieren und hast dann einen vorteil oder fängst du wirklich überall neu an du fängst überall neu an aber bevölkerung ist nicht so dass die bevölkerung von irgendwie sich vermehren muss oder so die entsteht einfach wenn bedarf da ist kommt irgendwann auch bevölkerung wenn du genug arbeit hast und genug unterhaltung oder sowas dann kommen die okay das da musst du nicht es gibt glaube ich auch es gibt zwar eine zahl für bevölkerung an dem asteroiden kannst sind das nachgucken aber ich glaube es gibt keine die dir sagt du hast so und so viel bevölkerung weil du bist ja im prinzip kein keine nation sondern du bist ja eigentlich eine corporation und das sind eigentlich arbeiter aber es kann passieren dass du ein gebäude baust und man dir dann sagt die produktion kann nicht anfangen weil du zu wenig arbeiter hast doch das kann passieren okay doch das kann passieren wenn du mich am anfang anfängst dann hast du irgendwie eine gewisse anzahl an arbeitern die schon mal da sind und wenn du dann 20 minen baust dann laufen erst mal vielleicht nur drei davon bis genug dann nachgekommen sind ich habe aber nicht rausgefunden wodurch dieser faktor bestimmt wird oder ob es dann festen gibt oder ob man den beeinflussen kann das weiß ich nicht okay dann gibt es eine sehr interessante datums anzeige die sich ja nach einem ganz bestimmten code zusammenstellt ich hatte ja schon riesenprobleme bei patricia mit den altdeutschen monatsnamen mit denen ich überhaupt nicht zurecht gekommen bin und dann habe ich auf die neuen geschaltet als ich mir das hier angeschaut habe ist das nur ein gimmick oder konntest du da wirklich was rauslesen außer dass die zeit vorangeschritten ist ja genau die zeit geht halt weiter ich weiß nicht mehr genau wie das war weil am ende habe ich dann auch wieder vergessen aber es ist glaube ich irgendwie ein die kleinste einheit sind tage und wenn 100 voll sind ist ein neues jahr ich glaube so war das und dann du bist halt im jahr keine ahnung 2440 und dann zählt er halt bis 100 hoch dann bis im jahr 2441 und so weiter okay verstanden ja und die letzte brennende frage die ich habe wie hast du es geschafft im tutorial zu sterben im ersten ausgefunden woran es lag ja das war ein asteroid der gekommen ist und der in meinen reingeflogen ist und ich hatte ja diesen gravid nee das konnte man auch nicht sehen okay ich hatte ja ein asteroid der sehr nah dran war und ich hatte ja diesen gravitationsstabilisierer oder wieder heißt installiert und dachte okay damit hat sich das erledigt der kommt nicht näher der ist aber näher gekommen weil den gravitationsstabilisierer da muss man auf das gebäude klicken und auf aktivieren erst dann funktioniert er und das wusste ich nicht das stand ja auch im tutorial nicht und deswegen ist er dann in mich reingeflogen und ich war kaputt also liebe zuhörer selber vergessen den einschalter zu drücken er wusste nicht dass es den gibt kann man kann man etwas vergessen wenn man nicht weiß dass es existiert er hat es aufgebaut und hat die bedienungsanleitung nicht gelesen wusste nicht dass man ihn einschalten es wurde keine mitgeliefert okay dann ist es ein klassischer fall einer produkthaftung richtig könntest du da was für mich fertig machen lass uns mal googeln wo die sitzen alpha centauri glaube ich ja das ist ein bisschen schwierig dauert ein bisschen länger ja ich glaube wir werden die antwort nicht erleben ja glaube zeitlicher sicht was ich jetzt noch so ein bisschen unterschlagen habe weil ich nicht nicht vorgreifen will zu der steuerung aber ich glaube über eins müssen wir doch noch reden es gibt sehr viele menüs und unter menüs die man alle über icons öffnet die unbeschriftet sind und in der box existiert so ein zettel mit allen icons wo dann immer ein begriff drunter steht der einem nicht unbedingt hell hilft in meiner box ist der zettel alles andere ist multilingual nur dieser zettel ist auf der ersten seite in englisch auf der zweiten seite halb in deutsch und den rest der halb der zweiten seite und ich glaube die rückseite also die dritte seite da gibt es überhaupt keine mehr ich glaube man hat angefangen den von englisch ins deutsch zu übersetzen mit drin aufgehört und dann gedacht was druck einfach fällt gar kein mal das heißt da da fehlt so ein bisschen bisschen was und diese menüs sind nicht einfach zu bedienen und zum teil überflüssig eins der menüs die ich zum beispiel überflüssig finde im management teil ist ich habe halt x billiarden credits und bevor ich was bauen bevor ich ein gebäude bauen bevor ich ein schiff bauen kann bevor ich irgendwas machen kann muss ich sozusagen aus diesem pool an credits dem gebäude bau budget zu teilen dem schiff bau budget zu teilen und ich weiß nicht wofür das gute ist weil im endeffekt baue ich und baue ich und baue ich und entweder habe ich genug in dem budget und ich kann weiter bauen oder ich habe nicht genug in dem budget und erhöhe es wieder also ich weiß nicht aus meiner sicht macht das keinen sinn weil man ja nicht dazu neigt dann irgendwie eine schuldenfalle oder in irgendwas reinzulaufen dass man dieses budget bräuchte bei schiffen ist das genauso ich kann mein ganzes geschiff schiff aussuchen ich kann alle ressourcen dafür haben ich kann genug credits dafür haben wenn mein schiff baubudget nicht ausreicht muss ich erst alles wieder zu machen dann das schiff baubudget erreichen dann kann ich alles wieder einstellen und dann kann ich das schiff erst bauen ist irgendwie total komisch und in der ersten folge glaube ich bin ich auch ein bisschen daran verzweifelt weil ich nichts bauen konnte das liegt daran weil ich nicht wusste dass man budget zuteilen muss und ja so ein bisschen gibt es da noch ein zwei andere die so ein bisschen überflüssig sind was man hätte ein bisschen besser lösen können aber das ist jetzt nichts wo ich sage dadurch fehlt das gameplay richtig behindert man muss das halt nur irgendwie im kopf haben ich weiß nicht ob da andere gameplay elemente für angedacht waren oder warum es das gibt es gibt es jedenfalls persönliche verbindung haben wir keine ne ich habe das spiel zum ersten mal gesehen als du die erste replay folge hochgeladen hast mit unboxing vorher wusste ich gar nicht dass es das gibt ja also mir ging es ähnlich ich hatte halt irgendwann mal so ein so eine sammlung von irgendwas gekauft und da war das spiel halt bei und es sah halt auf der rückseite gut aus und deswegen habe ich behalten obwohl es für amiga war also glück gehabt so jetzt kannst du aber auch mal was zu der grafik sagen alexander ich habe ja schon gesagt amiga ocs also ich finde die grafik sehr hübsch sie ist sehr farbenfroh also die gebäuden sind fast schon übertrieben bunt dargestellt aber vielleicht ist es nur der effekt weil die umgebung der asteroid selber als auch der weltraum naturgemäß in sehr dunklen grautönen gehalten ist und vielleicht kommen dadurch die farben etwas verstärkter heraus zuerst habe ich erst gedacht das ist so ein tetris spiel wo man sachen anordnen muss weil das so candy süß war irgendwie weißt was ich meine also die farben ich fand nicht dass sie so hundertprozentig zu so einem science fiction setting passen aber wenn man sich daran gewöhnt finde ich die relativ schön und ich finde auch die gebäude ganz gut gemacht auch dass man sie einfach unterscheiden kann also da da gibt es wenig verwechslungsgefahr fand ich bei den raumschiffen die fand ich so ein bisschen kantig gemacht also dass das hätte ich auch malen können also da war keine künstlerliche herausforderung bei den raumschiffen bei den großen bei den kleinen ja die waren ganz nett gemacht kurzum die grafik hat mir gut gefallen sie passt zu dem spiel und es ist schon hingucker also schon wegen der grafik und da verstehe ich dich also die screenshots auf der packung hinten gesehen hast dass du gedacht hast ja jetzt bin ich neugierig jetzt will ich mal reinschauen das wäre bei mir genauso gewesen vielleicht also ein halber mb oder vielleicht ein ganzer mb speicher plus dem chip mem und so dem der dem der spiel zur verfügung steht und ich muss sagen was es alles für grafiken gibt also es gibt die ganzen gebäudes jetzt es gibt raumschiff sets es gibt raketen sets dann gibt es diese ganzen icon sets dann gibt es unterschiedliche sets für die asteroiden auf der übersichtskarte es gibt zu jeder technologie ein gemaltes bild und wie gesagt ich glaube es gibt 20 oder 30 vielleicht sogar mehr technologien also da steckt echt viel grafik drin und dann dazu halt noch die ganzen raumschiffe wie du sagst und ja die raumschiffe sind ein bisschen kantig aber ich glaube dass es auch liegt auch ein bisschen an der isometrischen sicht ich glaube die wollten die halt auch immer in die kanten von der isometrie irgendwie rein kriegen ist ganz komisch guter punkt ja dann habe ich noch vergessen es gibt ja auch noch die raumstation also es gibt noch eine planeten planeten jetzt habe ich doch doch gesagt der asteroiden ansicht und eine weltraum ansicht des asteroiden und das habe ich ja auch erst relativ spät rausgefunden dieser weltraum ansicht sieht man dann ja auch wirklich seine raumstation wie die erweitert wird wieder was dran gebaut wird kann man sehen oder man kann sehen wie in diesem raumdok raumstation raumdok das nächste große schiff zusammengebaut wird und man sieht den transporter da parken den hatte ich ja am anfang gesucht weil er plötzlich irgendwann weg war mal ist er auf dem asteroiden in so einer ja am horizont zu sehen und mal einfach nicht und das sind alles sachen die stehen im handbuch nicht die muss man irgendwie selber rausfinden und das ist ja aber nichtsdestotrotz ich finde die grafik sehr abwechslungsreich es gibt wirklich viele viele dinge zu entdecken es bewegt sich viel und das finde dafür läuft es echt richtig gut und hat mir auch wirklich spaß gemacht zuzuschauen also es ist schon so ein bisschen ja wie bei siedler auch ich will jetzt nicht sagen so ein richtiger wusel faktor aber es passiert halt immer was wenn wenn ich dem kleinen raumschiff dem scout sage flieg in den asteroiden hangar dann fliegt er dahin dann dreht er sich landet auf dieser plattform zu dem hangar dann geht dieser hangar auf und dann fährt das langsam runter oder bevor raketen geschossen werden geht dann halt so eine luke auf und dann fliegen diese raketen da raus dass das eigentlich schon wirklich sehr schön gemacht und hat mir wirklich viel spaß gemacht beim zuschauen und es versteckt natürlich auch schon die immersion muss ich sagen also es hatte eine schöne immersion die wird so ein bisschen unterstützt von dem sound der okay ist es gibt jetzt nicht so richtig viel aber ich sag mal der ist okay ähnlich die musik da ja das sind jetzt man könnte jetzt sagen okay es gibt digital sound ich weiß aber nicht ob 94 ob man da noch sagen muss also sound effekte sprache und so weiter die digitalisiert sind ist das was besonderes weiß ich nicht vielleicht für ein amiga kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen aber ich glaube es nicht weil ich kann mich an sprach samples aus viel viel früheren spielen auf dem amiga erinnern also ja ist nett passt zum spiel passt zur atmosphäre aber trägt jetzt auch nicht so viel dazu bei oder nie fand ich auch also das war eher zu vernachlässigen so ich hatte dich ja jetzt kommen wir zu meinem lieblings punkt ich hatte dich ja bevor wir diese aufnahme machen ja darum gebeten wenigstens mal eine mission zu spielen oder mal rein zu gucken das tutorial dir anzugucken ja habe ich damit du dich mit der steuerung beschäftigen kannst weil das ist wirklich der große große knackpunkt ich glaube damals sollte das innovativ sein was ein bisschen nach hinten losgegangen ist finde ich glaube ich auch das ist eins oder das ist wahrscheinlich das hauptmanko des spiels selber dass die steuerung sehr komplex ist und dass man ohne das studium des handbuchs und den tutorials die man dann halt anhand der beschreibung des handbuchs danach spielt keine chance hat das spiel zu spielen es fängt schon damit an dass mich ja korrigiert heute mittag aber als ich das gesehen hatte in der anleitung dass man drei verschiedene modi bei der bei maus hat dass wenn man zum beispiel etwas abreißen möchte man die d-taste drücken muss dann ist man im abriss modus dann verändert sich das icon der maus und dann kann man abreißen du hast gesagt das kann man auch über einen ansteuern und dann gibt es glaube ich noch zwei andere modi wo das möglich sind ja genau es gibt noch den raumschiff modus wo man dann in nur in diesem modus kann man auf die raumschiffe klicken dann gibt es doch den baumodus in dem man bauen kann und dann gibt es halt noch den neutralen modus in dem kannst du halt auf gebäude klicken ja ich meine ich finde die steuerung nicht schlecht beim das schöne oder das besondere bei dem spiel bei asteroid aber ist bei diesem astroiden spiel ist ja dass man nicht scrollen muss also die fläche ist ja begrenzt es ist anders als bei siedler oder auch bei cesar wo du andauernd am rumsquollen bist um zu gucken wo ist was du hast alles im blick das finde ich zum beispiel wieder sehr gut bei dem spiel ja aber das wird dann wieder dadurch zunichte gemacht dass es halt diese vielzahl von menüs gibt klar wenn du den rechten knopf im baumodus drückst geht dann ein untermenü auf wo wie viele felder 9 mal 9 menüpunkte da glaube ich glaube 3 mal 3 oder 9 mal 9 3 mal 3 ok 3 also ich glaube es gibt also 3 mal 3 ok ich weiß es nicht es gibt unterschiedlich die sind in so einer matrix angeordnet ich glaube es gibt 2 mal 3 3 mal 3 4 mal 3 4 mal 2 also ihr merkt schon ganz durcheinander und die sind auch räumlich nicht getrennt also das sind wie wie telefontasten auf so einen alten ja oder auf einer tastatur ja die sind nicht irgendwie optisch grafisch getrennt dass man dann mit der zeit dann weiß oder automatisch irgendwo hingeht sondern man muss da immer hingucken vor allem wenn man eins der mittleren erwischen möchte also die steuerung ist echt komplex und ich glaube auch nicht dass sich die die programmierer da ein gefallen getan haben diese komplexe steuerung zu nehmen weil das werden wir auch nachher bei den testberichten sehen dass es ihnen wirklich negativ ausgelegt worden ich glaube man wollte was ganz cooles machen man wollte halt kein menü haben wie man das von den spielen üblich weiß ich nicht mir fällt jetzt power manga ein oder populus oder so dass man halt an der seite dieses menü hat und da diese isometrischen isometrische ansicht hat hier wollte man dem spieler halt die komplette spielfläche zur verfügung stellen und sie nicht mit menüs verschandeln sollte immersiver sein ich persönlich mag ja hat's und guis wenn die gut gemacht haben tragen die für mich zur immersion dabei hier ja fehlt es mir jetzt nicht zur immersion aber zur steuerung und dadurch sinkt dann die immersion wieder weil die steuerung so doof ist also man hat wirklich diese ganzen felder und man muss sich da halt wirklich mehrfach durchklicken und das ganze ist auch sehr inkonsistent und da es damals halt noch nicht so einen richtigen standard gab wie das zum beispiel ein schließen fenster oben rechts ist dass ich um einen befehl zu bestätigen oder weiter zu gehen zum beispiel mit einem pfeil unten rechts weiter gehe und mit einem pfeil unten links wieder zurückgehe sowas gab es damals noch nicht und das ist mir auch schon ein paar mal aufgefallen zum beispiel wenn man befehle löschen möchte dann klicke ich ein raumschiff an und dann klicke ich nicht auf den befehl der irgendwie ein x ist oder so sondern ich klicke auf den befehl der ein toten kopf ist rein intuitiv hätte ich gesagt damit löse ich die einheit auf deswegen habe ich erstmal nicht drauf geklickt aber das ist halt dazu da um das den aktuellen befehl der einheit zu lösen löschen und das merkt man halt dass da so ein gewisser standard fehlte der heute gesetzt ist und der beißt sich halt so ein bisschen mit der icon sprache und mit der steuerung sprache dieser menüs es ist jetzt aber nicht so dass ich sagen würde okay das lernt nicht nie also nach der zeit hat man das raus und kann da auch relativ gut mit agieren es ist aber trotzdem so dass diese icons halt weil es auch ich glaube in der powerplay hat sie gezählt 57 56 stück gibt das sind halt ziemlich viele und die lernt man halt nicht mal so eben weil die auch relativ gleich aussehen und mehrfach verwendet werden in den menüs also man man muss da wirklich sehr lange üben bis man gemerkt hat welcher button jetzt genau wofür sie aber ich glaube wenn man das erstmal gemacht hat geht es weiter ich persönlich hätte mir halt wirklich so ein menü an der seite gewünscht und ich glaube das war auch kritik die den entwicklern dann oder zumindest dem publisher beigetragen wurde weil in der fragile alliance also in der windows version davon da gibt es dann menü an der seite und da sind alle befehler auf der seite in so einem seitenmenü wie man das hätte hier auch glaube ich machen sollen ich glaube damit haben sie sich wirklich keinen gefallen getan und ich denke dafür wurden sie auch verdient abgestraft manche innovationen sind halt nicht innovativ wenn man beim spielen schon merkt dass es hakelig dann lässt man es vielleicht du hast auch noch einen guten guten punkt da da kannst du auch noch mal drauf eingehen das hat mich auch total verwirrt sehr gerne und zwar wenn man im startmenü ist gibt es verschiedene auswahlparameter man kann zum beispiel auswählen welche sie feindlichen aliens sind die einen als gegner im spiel zur verfügung stehen ich hatte auch erst mal geguckt ob ich das nicht sein kann aber das war ja irgendwie gesetzt das funktionierte nicht und dann bin ich nicht weitergekommen bis ich dann dein tutorial video gesehen habe und dann festgestellt habe dass wenn man auf end drückt das spiel startet also ich kenne nicht viele spiele um ehrlich zu sein gar kein spiel wo man auf end drücken muss um spielen zu können also ich dachte ich komme damit wieder in das in das in das in das os system rein ja nicht nicht zum beginn des spiels das fand ich recht witzig ja ja das fand ich auch auch interessant und habe mich da ja auch sehr drüber gewundert woran ich dann aber denken musste ist ich kann mich daran erinnern als windows 95 raus kam hat sich irgendwie mein informatik dozent darüber aufgeregt dass man um den rechner zu werden auf start drücken muss ist so ein bisschen so ähnlich das stimmt da haben wir uns aber alle dran gewöhnt wobei das wort start ist ja jetzt auch nicht mehr da ja selma spielumfang du hast es ja ausgiebig gespielt und relativ ausgiebig ausgiebig und du hast ja auch andere astroiden dann besiedelt ich habe auch offline nochmal das ist auch eins der wenigen spiele wo ich sagen muss dass ich mir offline wirklich zeit genommen habe und das nochmal zu spielen weil ich ja relativ verzweifelt war durch diese steuerung weil ich zum beispiel nicht wusste wo meine raumschiffe abgeblieben sind oder wie ich neue baue wie ich neue astroiden kolonisiere oder so da war ich kurz davor das aufzugeben und habe das dann noch relativ lange nochmal gespielt also da sind auch noch mal ein paar stunden ins land gegangen würdest du denn sagen dass das spiel schnell langweilig werden kann ich frage aus folgendem grund als ich cesar gespielt hatte und es dann endlich 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 nach vier fünf folgen geschafft hatte diese eine provinz zu gewinnen ging es dann weiter in der nächsten provinz und das problem bei cesar war dass ich da keine kein fortschritt hatte ich hatte die gleichen gebäudetypen ich hatte klar ein bisschen andere rahmengeschichte weil es jetzt halt eine andere provinz war aber es wird nichts spezielles freigeschaltet oder ähnliches und deshalb zielten auch meine fragen vorhin darauf hin ob es da eine entwicklung gibt aber das scheint auch hier nicht zu sein sondern du fängst mit dem start setting an du hast direkt zugriff auf alles und dann geht es einfach nur darum wie du effektiv die astroiden auswärts ausbeutest nicht auswärts ausbeutest und sicherstellst a nicht von freien raketen und astroiden getroffen zu werden und b möglichen großen abstand zu deinen feinden zu haben reicht das um langfristig zu motivieren also du fängst ja nicht mit allen technologien oder allen möglichkeiten an du hast ja am anfang so ein grund set keine ahnung 20 30 stück und da warten halt noch 20 30 stück die du kaufen kannst und die sind auch nicht billig also die kannst du kannst nicht losziehen dir einfach alles kaufen sondern da sind wie ich gesagt habe auch noch richtig interessante technologien bei die halt auch ja gameplay veränderungen mit sich bringen nicht nur stärkere waffen sondern wie gesagt zum beispiel dass du dann wenn du fünf astroiden hast diese imperiale transporter der kommt nur zu einem astroid da musste dann alles hin kachen an astro an ressourcen die du dem mitgeben willst oder dem du verkaufen willst es gibt dann halt hinterher technologien mit dem kannst du dir dann halt von astroid zu astroid teleportieren dann fällt der das ganze micromanagement mit dem transporter zum beispiel weg solche solche geschichten oder du kannst mit astroiden halt hin und her fliegen und es ist nicht so wie bei cesar dass du eine kampagne hast wo du halt erst k240 besiegen musst dann k241 dann k242 sondern du gewinnst halt dieses spiel in k240 und dann ist es vorbei dann hast du gewonnen wann hat man denn gewonnen selma wenn man den gegner getötet hat also die das ist eine gute frage das ist eine gute frage ich vermute auf jeden fall wenn du den gegner gewonnen hast ich weiß nicht ob es noch andere siegesbedingungen gibt ich muss gestehen ich war relativ froh als das replay zu ende war ich würde es aber nochmal spielen ich glaube ich würde es nochmal in einem jahr oder so in einem stream nochmal spielen wollen um zu gucken wie viel hängen geblieben ist und so weiter ich weiß nicht ob ich mich das dann im jahr traue weil ein stream wo ich eine stunde lang davor sitze und im handbuch blättere ist auch relativ uninteressant aber mich würde das in einem jahr noch mal interessieren zu spielen um zu sehen wie es sich gehalten hat und also in der erinnerung gehalten hat von der usability und verfügbarkeit her weil ich glaube nämlich dass es ein interessantes spiel ist was viel potenzial hat weil es viele spielerische freiheiten hat ein beispiel ich habe in der letzten folge relativ lange überlegt und auch hinterher noch lange überlegen müssen ob ich die asteroiden in denen es keine ressourcen mehr gibt irgendwann sind die minen leer was mache ich mit denen behalte ich die dann habe ich ja wenn ich die die minen brauche ich nicht die verbrauchen viel energie das ist ja auch irgendwie quatsch also baue ich die minen ab was mache ich dann mit den ganzen leuten brauche ich die auch noch auch nicht also muss ich da irgendwie auch einen cleveren rückbau machen lohnt es sich überhaupt den asteroiden zu behalten oder lösche ich den komplett zerstöre ich den komplett weil ich den gar nicht mehr brauche lasse ich da irgendwie nur eine verteidigungslinie benutze ich leere asteroiden dann indem ich die minen zurückbaue dafür aber raketensilos hinbaue mit einem antrieb und vielen raketen und fliege da dann sozusagen nicht als schiff habe dann sondern meinen asteroiden als schlachtschiff sozusagen der dann halt die fetten nuklearraketen oder was weiß ich was es da gab hat und greife damit an und habe dann eine flotte als unterstützung das sind alles so dinge die würde ich gerne mal ausprobieren die einem das spiel alle zur verfügung stellt also das kann ich damit alles machen und das finde ich halt schon sehr spannend dass es halt gerade diese spielerische freiheit gibt mit den unterschiedlichen fraktionen es war zum beispiel so die in dem replay habe ich gegen eine rasse gekämpft die halt so ein hive mind hatte und die hatte dann auch andere gebäude die hatte dann so einen zentralen hive und so ich weiß es zum beispiel nicht reagieren die anders wenn ich auf einem asteroiden nur dieses gebäude zerstöre wie zerstöre ich das ich kann auf einem asteroiden ich kann zwar sagen greife einen asteroiden an aber ich kann auf einem asteroiden nicht sagen greife ein einzelnes gebäude an gibt es dafür vielleicht eine technologie mit der ich das kann ich habe keine ahnung also das sind alles so ideen die ich gerne mal dann ausprobieren müsste und wo ich jetzt sage das sind halt die 20 prozent die ich in dem spiel nicht probiert habe weil dafür müsste ich wahrscheinlich noch 20 30 stunden investieren um das alles richtig auszuprobieren und für 20 prozent wäre mir das jetzt zu viel aufwand womit ich nicht sagen will dass mir das nicht spaß macht aber ich glaube das macht dann auch schon keinen spaß beim zuschauen mehr von daher ist es wirklich vielleicht was was man dann im stream irgendwie in einem jahr oder so mal macht um da mal zwei oder so zwei streams reinzugucken und das dann mal auszuprobieren oder extensiv auszuprobieren ich glaube das könnte halt wirklich interessant sein ich glaube in dem spiel steckt relativ viel drin ich glaube damit kann man über 100 stunden spiel spaß haben wenn man wenn man spaß daran hat so ein bisschen zu tüfteln und mit den ganzen möglichkeiten die das spiel einem gibt auch so ein bisschen rum zu tüfteln natürlich kann man das halt klassisches machen viele schiffe bauen viele waffen drauf bauen und richtung feind wie man möchte es gibt halt diese und diese möglichkeiten und das finde ich halt interessant und spannend ich glaube du kannst ja denken welche verbesserungsvorschläge ich hätte bessere musik genau genau vor allem die musik mehr farben mehr farben ja also nein also definitiv die steuerung und das user interface ja also ja ich ich freue mich schon auf fragile alliance wenn wir die spielen oder wenn wir da das replay machen wie gut das mit einem vernünftigen menü läuft ja du hast es ja nicht weit genug gespielt um zu sagen was spaß macht mir fiel es relativ schwer hier jetzt einige oder zwei punkte rauszupicken oder drei punkte rauszupicken die mir besonders viel spaß gemacht haben also ich glaube wenn man es zusammenfassen würde dann ist das halt wirklich diese diese vielleicht auch suggerierte freiheit oder diese suggerierte spielerische freiheit ich glaube es aber nicht weil soweit ich jetzt gespielt habe war es ja ich schon richtig cool man konnte richtig viele sachen machen raumstation bauen und so weiter das hat mich wirklich alles sehr beeindruckt dass auf einem amiga 500 finde ich sehr beeindruckend auch technisch und das macht halt wirklich spaß diese diese unterschiedlichen möglichkeiten auszukundschaften dann zu bauen dann das ganze management das macht eigentlich schon alles spaß wenn diese komische scheuerung ich wäre und diesen ganzen menüs mit den budgets und so weiter dass das das ist nicht nur unrund sondern das hindert schon so ein bisschen jetzt nicht zehn prozent punkte in der powerplay aber so ein zwei prozent punkte in der powerplay abzug hätte ich deswegen schon gesagt und damit wenn wir beim stichwort vielleicht sollte ich mit der powerplay gleich mal weitermachen mach mal weil in der powerplay 8 94 wurde das noch mal getestet und da war ja dieses jahr die vierneunziger durchnehmen müssten wir da ja eigentlich noch mal dran vorbeikommen und das hat 75 prozent bekommen 38 prozent grafik und 33 prozent sound also ich finde ich weiß ich nicht finde ich ein bisschen unfair ja die grafik ist nicht super schick aber sie ist dafür sehr es gibt sehr viel grafik also ja 53 icons sagt er hier genau er sagt nämlich wenigstens hat man sich die mühe gemacht ich weiß nicht wer das ist ps wenigstens hat man sich die mühe gemacht die bildschirmtexte wahlweise auf englisch französisch oder deutsch anzubieten das ist auch notwendig sonst bekommt er nur wie zu überhaupt keinen durchblick bei den sag und schreibe 53 icons ich finde da hilft es auch ist eigentlich völlig egal welche sprache man da spielt bis auf die technologien die man kaufen kann gibt es relativ wenig da gibt es mal warnungen oder sowas aber ansonsten gibt es da wirklich nichts dann das habe ich auch öfter gelesen hat man wohl relativ viel leerlauf zu beginn und da haben sie sich öfter darüber aufgeregt was ich nicht nachvollziehen kann weil ich finde den leerlauf am anfang überhaupt nicht schlimm und es geht ja auch relativ schnell dann darum wie entwickle ich mich weiter gut wenn ich da die ganze zeit sitze und warte bis die aliens kommen dann habe ich ein paar stunden leerlauf aber wenn ich das halt sinnvoll die zeit sinnvoll nutze weiter mich erweitere verkaufe und so weiter dann weiß ich eigentlich schon ganz gut was ich machen muss und dann habe ich auch eigentlich keinen leerlauf mehr verwaltet man erst mal 56 asteroiden dann ist man für jede hohe pause dankbar ja das glaube ich ein informatives fenster mit allen planeten daten und eine icon leiste mit den wichtigsten standard befehlen hätte uns in nötige klickarbeit erspart also wir sind da nicht alleine das hat denen damals auch abzüge gekostet also nicht nur uns nicht nur wir hätten abzüge geben sondern die powerplay hat demnach glaube ich auch deswegen abzüge gegeben selbst wenn man mal wirklich hin und her hektisch klicken muss dann ist das schon echt nervig die taktischen ansprüche sind variabel und unterscheiden sich hauptsächlich in der stärke der gegnerischen aliens und dann zum abschluss noch wer utopia schon mal gespielt hat wird aber mit den anforderungen weniger probleme haben also scheint utopia ähnlich zu sein also die beiden vorgänger ich weiß nicht ob das eine nur eine add on ist bei mobile games stehen zwei utopia spiele drin weiß ich jetzt nicht ja das war die powerplay hast du auch noch was ich habe auch was ich habe den amiga joker und zwar vom september 94 und zwar hat dort ein manfred durch den test durchgeführt er kam auf eine wertung von 77 prozent die grafik 61 animation 63 musik 73 sound 71 also ganz anders wie in der powerplay das handhabung 79 auch interessant und dauer spaß 79 verbunden aber mit dem hinweis für geübte und wenn ich mir den text hier durchlese ich lese mal eine passage raus k240 ist also um einiges komplexer und um vieles übersichtlicher als sein vorgänger utopia rein optisch sind dagegen kaum veränderungen festzustellen die errichtung der über 40 verschiedenen gebäudetypen macht dank der prächtigen maussteuerung ebenso wenig probleme wie die generelle planung und verteidigung seines imperiums allerdings ist ein intensives studium des dicken handbuchs samt integrierten tutorials unabdingbar um die unmenge von befehls und handlungsmöglichkeiten in den griff zu bekommen eine gewisse einarbeitungszeit und die trotz netter sphären klänge und digisprache insgesamt etwas spröde präsentation muss der eroberer des weltraums hier also schon in kauf nehmen aber was tut man nicht alles für eine grundsolide gemachte und langfristig motivierende stratego simulation stratego komisch ne okay also das brett spielt stratego kenne ich aber den zusammenhang hätte ich jetzt nicht ich auch nicht also das passt da gar nicht ich bin auch nicht so sicher also dickes handbuch ja das handbuch ist etwas dicker aber ich würde mich als es nicht als dickes handbuch das ist kein das ist dick weil da drei sprachen drin sind ja also also vielleicht hat der tester sich gar nicht so intensiv mit dem spiel auseinander gesetzt den eindruck habe ich ein bisschen ja und dass er so viel für den sound gegeben hat 71 prozent ja weiß ich auch nicht also ja also 33 ist ein bisschen wenig oder war musik eben in der powerplay 33 und ich glaube sound 53 ich meine wenn es die jahrelation gewesen wäre hätte ich dann vermutet okay der hat keine soundkarte drin gehabt aber bei der amiga version ja weiß ich auch nicht ja aber im prinzip kann man glaube ich aus beiden sagen dass es kein schlechtes spiel ist ja das würde ich auch sagen und von der wertung her sind sie ja recht ähnlich die sind im oberen 70er bereich richtig richtig und ich glaube dass es auch angemessen ich hätte dem auch so in dem bereich hätte ich damals bewertet diese bewertung gegeben kindheitserinnerung haben wir natürlich keine dann wer sollte das heute noch sprechen sprechen wer sollte das heute noch spielen alexander auf jeden fall fans von aufbau strategie spielen die etwas suchen was mit einem weltraum setting zu tun hat weil das ist doch relativ ungewöhnlich ich meine mittelalter welt besiedeln das gibt es häufiger fantasy welt sie alles da aber sei fall das gibt seltener und das finde ich recht interessant und ich habe richtig lust drauf gekriegt und ich werde es auch irgendwann mal spielen sehr gut kann ich dir nur empfehlen spiel vorher halt das tutorial durch ja die eine hälfte habe ich ja schon ja ich würde das ähnlich ähnlich sagen also wirklich wer lust auf sci-fi strategie hat und schon die bekannten alle so ein bisschen durchgespielt hat der kann damit glaube ich viel spaß haben man darf halt den etwas holprigen einstieg nicht scheuen glaube ich kleiner fanservice kaufen kann man sich das aber nicht mehr also bei gog oder so hast du es auch nicht gefunden also da muss man schon sich die version kaufen und dann installieren ich glaube wenn man das heute spielen will und nicht es nicht in seiner sammlung hat oder aber die version nicht von ebay kaufen möchte ich glaube dann ist es wahrscheinlich günstiger den dos nachfolger also fragile alliance zu nehmen weil er halt auch diese diese ganzen bugs und weiß ich nicht diese hakeligen geschichten mit der steuerung glaube ich nicht hat wobei ich mich nicht erinnern kann dass fragile alliance damals sonderlich bei uns angesprochen wurde also glaube ich hat es auch nicht so gute bewertungen bekommen aber ich glaube was schlecht ist war es auch nicht ich habe auch so eine 70er irgendwie in erinnerung es ist trotzdem irgendwie kein gutes spiel kein super gutes spiel gewonnen sondern nur gutes spiel aber ich glaube dann sollte man wahrscheinlich versuchen fragile alliance zu spielen und ich glaube das gibt es bei gog oder ja fragile alliance gibt es für 5 euro 39 bei gog wunderbar ja dem würde ich diese version empfehlen wer dann halt wirklich im retro bereich und sowieso irgendwie ein spiel noch kaufen möchte ich glaube das ist nicht teuer also man kann das glaube ich bei ebay relativ günstig für eine mega bekommen ist jetzt nicht das gefragteste spiel okay alexander damit vielen dank für das abschlussgespräch gerne selma hat wie immer sehr viel spaß gemacht vor allem bei so einem interessanten titel ja danke mir hat es auch viel spaß gemacht mir doch das spielen spaß gemacht ich hoffe euch hat zuschauen und zuhören spaß gemacht ich hoffe ihr bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut bis dahin tschüss tschüss tschüss